Ja, willkommen zurück bei Lands of Lore. Wir befinden uns in Level 2 der Burg. Und letztes Mal wussten wir ja einige, da hat sogar unsere Karte verloren, mussten versuchen irgendwie einen Weg durch ein Labyrinth zu finden. Jetzt haben wir die Karte wieder und jetzt gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Erstmal überprüfen wir noch mal die Ausrüstung. Ach, wir feuchten immer noch mal. Hatte der nicht mal ein Breitschwert? Zweihänder. Ja, das ist besser. Gucken, was wir denen allen geben können, dass die gescheite Waffen haben. Wir haben einige Waffen jetzt zum Beschweren genommen. Was hast du? Du hast das Ding. Das war eigentlich nicht schlecht. Und das letzte Mal haben wir auch diese Drachenfigur aufgenommen. Und diese Cobra-Figur tun wir die vielleicht mal zusammen, die wir brauchen. Also, dass man sich dann immer hin und her scrollen müssen. Und so einen Wählenswürfelhammer wieder, um irgendwelche Magie ungeschehen oder aufzuheben. Keine Ahnung. Muss man mal gucken. Also, wir bräuchten noch eine Rüstung für ihn. Zumindest hat er Schutz 75. Das ist fast zu viel wie er mit Rüstung. So, also, wo sind wir? Jetzt geht's auch schon gerade aus. Da ist ein Schalter. Deswegen sieht's merkwürdig und gefährlich aus, wenn's auf uns schießt. Ähm. Nichtsdestotrotz, da ist wie so ein Schalter. Das kann praktisch die Türöffnung schließen. Da vorne scheint eine Platte zu sein. Das ist hinter uns wieder zugegangen. Na, wir versuchen mal, in der Klick hier drin. Was ist das? Ist doch irgendwas. Also hier ist eine Nische, da ist aber nichts drin. Du musst doch mit irgendwas zusammenhängen. Na, mal gucken mal. Ich bin jetzt neben der Karte. Ah, hier geht's. Hoppla. Hier ging's noch mal runter. Also, das kann man irgendwie aufmachen. Ich weiß bloß nicht wie. Und hier ist noch ein Durchgang. Das gibt's offiziell in der Karte gar nicht. Ist ja merkwürdig. So, wenn wir jetzt nach unten gehen, haben wir wieder so ein Ding gerollt. Schalter? Nein, kein Schalter. Ah. Erstmal in die Richtung waren wir da. Ja, kamen. Hm. Locked. Ja, das soll uns hoffentlich nicht aufhalten. Wenn wir schnell unseren Dietrich finden. Ja, haben wir noch einen goldenen Schlüssel. Weiß ich gar nicht, ob wir den schon verwendet haben. Stav Gustavus aufgenommen. Dolch. Hm. Empty. Na ja, vielleicht was zum Beschweren. Was bist du? So was. Ist wieder so was. Schalter? Wo? Wo? Ah, hier. Irgendwo ist was aufgegangen. Hab's noch nie gesehen. Drei zack Plage. Aha. Na ja. Gehen erstmal zurück und erforschen nochmal die Gegenrichtung. Da ist auch keine Rüstung mehr. Ich muss gar nicht, dass die Säure versprühen. Ich muss gar nicht, dass die Säure versprühen. So. Hier ist ein Schalter. A worn lock. This is already unlocked. Ah, da ist eine Nische. Eine leere Nische. Ist mal irgendwas rein tun, möglicherweise. Ich weiß es nicht. Ja, wir gucken uns hier erstmal um. Wieder ein Schlüsselloch. Ja, da war ein Schalter. Oh, eine Einhornfigur. Passt dazu in meine andere Figuren Sammlung. Na, hier sind die Figuren. Sogar scheinbar aus demselben Material. Was ist das? Was ist das? Okay, versuchen wir zu umgehen. Das erinnert ein Prince of Persia die Dinger. So, hier ein Schalter? Nö. Wir gucken, ob wir irgendwo vorbeigelaufen sind, wo wir was übersehen haben sozusagen. Da kommt wieder eine Tür. Nö, das hat die auch nicht geöffnet. Ich dachte vielleicht zu einer Art Schleuse. Na gut, dann gehen wir halt hier rum. Hora. Gut, da ist eine Druckplatte, neben mir eine Tür und ein Schalter. Ah, okay, und hier ein Schloss. Ich werde auch mal in Ruhe meinen Dittrich suchen können. Stopp. Ich weiß, wie sie da sind. Gut. so die platte haben ja deaktiviert das noch eine ach da ist noch ein schalter ja gut das war vorher noch nicht da ja schon nachvollen huuah Ja, was mache ich hier? Ach, da ist ein Schalter irgendwo, wenn ich nach oben gehe. Und da ist jetzt eine Nische, da ist ein natter Schlüssel gewesen. Okay, nicht schlecht. Was ist das? Um, hier werden sie da. Um, hier würde ich gerne. Sieussen waren mit dem Spielern. Sie haben Angst, dass sie hier ein東西 verfolgen. Absurdig ist. Sie sind nicht sicher. Sie waren zwei der Schwerpunkte. Was heißt das? Sie sind der Nicht- ich. Wir sind dann das. Nur den ganzen Bechern hier. So, also hier war es ein bisschen streng. Sehen. So, hier war es noch nicht so gut. So, hier war es noch nicht so gut. So, hier war es noch nicht so gut. Da hängt jemand. Ihr auch. Gut, dann müssen wir hier weiter Hier ist Nyx Gucken wir mal, wo das herkam. Von ihm. Mist. Okay, noch nicht. Was habe ich? Okay. Ich bin wegen der Manager. Oh nein. Ich kann das Wasser erleben. Oh nein. Ich kann das Wasser erleben. Ich muss das Leben anallergen. Ich kann das Leben aner der Prager. Ich muss das Leben anerken. Du musst es gut. sobald darunter hier gibt es kein anschluss mehr aber das hinführen könnte noir schlüsse okay so versuchen wir schlafen können legen wir uns zur ruhe und zu sagen so also versuchen wir mal hier weiter zu gehen dämlicher feuer werfen aber uns geht es ja sonst noch gut ok drücken wir mal knöpfe der hat hier aufgemacht oh hier ist auch alles voller schalter hier ist ein schlüssel noch so machen wir mit ditrich bevor wir unsere ganzen schlüssel ausprobieren hier die machen das müssen wir schnell finden bevor gut der nicht noch einen anderen der auch nicht naja gucken wir mal was hier an schaltern ist ok was ist das könig richard ach der ist da dahinter die frauen praktisch den schlüssel um ihn zu befreien loch loch ok schmeißen wir mal was an die wand dein das hat nichts gebracht hier ein schalter hinter uns muss ja irgendwie hat da sind schalte oder schmeißen was dort hin müssen wir nicht falsches hinschmeißen ok jetzt ist hier ein teleporter aufgegangen na gut gehen wir mal hier durch und gucken wo wir rauskommen hier da ist ein schlüssel drin ah es schlüssel langschwert beschützer so ach so hier waren wir ursprünglich ne so haben wir den schlüssel hier ist auch ein schalter ne können wir ja nur hier rein springen na gut da würde ich sagen aber das springen wir erst beim nächsten mal rein heute haben wir fast alles von dem entdeckt und wissen wo der könig richard ist müssen wir bloß irgendwie die tür aufkriegen also ein schlüssel für das vielleicht geht ja der schlüssel den wir gerade gefunden haben naja jedenfalls sage ich erstmal tschüss bis zum nächsten mal macht's gut euer astro nir tschüssi